So Leute, was geht und herzlich willkommen zu unserem ersten Video auf dem Kanal Scooter2go. Ich bin sehr hyped, das wird unser erstes Video jetzt einfach. In diesem Video werden wir unseren Local hier vorstellen. Wir werden natürlich auch ein paar Tricks machen, damit es nicht langweilig wird. Und ich stelle mich jetzt mal vor, ich bin Gino und ich bin 14 Jahre alt. Ich blende hier nochmal mein Insta ein, natürlich. Da wird dann auch Werbung kommen. Jetzt stellt sich Yannick nochmal vor, er ist gerade hinter der Kamera, der Geile. Jo Leute, ich bin Yannick, auf Insta heiße ich Scoot by Yannick. Ich bin 13 Jahre alt und fahre seit ungefähr 4 Monaten für Anacuda. Mein Insta ist auch hier eingeblendet. Wir wollen uns jetzt hier in unserem Park aufwärmen und wir werden ein paar Nahaufnahmen von unserem Park machen, damit ihr auch wisst, wo wir gleich alles Tricks machen. So, um das jetzt nochmal klar zu stellen. Wir wollen uns jetzt hier in unserem Park aufwärmen und wir werden, ja, ich würde sagen, wir wollen jetzt nicht lange um Freireden und jetzt jo, ne? So, wir sind jetzt fertig mit dem Einwerben und wir fahren jetzt hier die Pocket Quarter. Wir machen nur Tricks raus und ja, viel Spaß bei den Clips. Wir werden jetzt hier beide einen Trick raus machen. Ich werde wahrscheinlich ein Kickliss machen, werdet ihr gleich sehen. Sprachen lernen, Bubble. Und ja, und danach werden wir natürlich zu dem nächsten Spot am Park gehen. Und ja, wir wünschen euch jetzt noch viel Spaß. Wir haben die Pocket Quarter jetzt abgeschlossen. Jetzt kommt der Kicker und das Hausdach dran und wir machen beide jeweils über den Kicker und über das Hausdach einen Trick. Ich werde jetzt weitermachen, ich werde jetzt den ersten Trick machen und zwar ich werde jetzt über den Kicker einen Double Whip machen. So, ich und Gino machen jetzt über das Hausdach einen Whip und einen Triple Whip. Also ich mache einen Triple Whip, er macht einen Whip, weil es halt einfach kalt ist und jo. So, wir machen jetzt weiter da in der Quarter. Da werden wir beide einen Dry-Flip drinnen machen und jetzt nicht lange im Brei-Ring und viel Spaß. So, wir haben jetzt beide einen Dry-Flip in der Quarter gemacht. War eigentlich ganz entspannt, beide First Try. Und zwar jetzt werden wir aus der Bank Trinks machen. So. Wir machen jetzt einen Flyer-Out-Trick. Wir machen beide nur einen richtigen Chill-Trick, weil es einfach komplett kalt ist. Ich werde einfach den Kicker Swoop machen, weiß nicht was Gino macht, aber viel Spaß bei den Clips. So, die sind gerade, wenn ich das mal kalt habe und ich mich über das nächste Mal kaufst! Das war's mit dem Video! Ich hoffe es hat euch gefallen. Es waren leider nicht die heftigsten Tricks, weil es einfach sehr kalt ist. Wir haben irgendwie minus 2 Grad oder so. und ja, ihr könnt gerne abonnieren, die Glocke aktivieren für mehr so neue Videos das nächste Video wird ja sein wollte ich auch nochmal ankündigen wir werden auf eure besten Tricks reagieren und ja, ich würde sagen tschüss und wir sehen uns beim nächsten Video